In diesem Video geht es um Zahlenmengen. Ich zeige dir die wichtigsten Zahlenmengen und erkläre die Grundbegriffe der Mengenlehre. Natürliche Zahlen sind alle Zahlen, die man zum Zählen verwendet. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen. Das Symbol für die natürlichen Zahlen ist ein großes n, bei dem ein Strich doppelt geschrieben wird. Zahlenmengen werden immer zwischen geschwungenen Klammern geschrieben. Die Mathematiker sind sich nicht einig, ob die Zahl 0 zu den natürlichen Zahlen gehört. Wenn du kennzeichnen möchtest, dass die Ziffer 0 dabei ist, dann kannst du neben das n noch eine tiefgestellte 0 dazu schreiben. Bei den ganzen Zahlen kommen zu den positiven Zahlen auch die negativen Zahlen dazu. Das Symbol für die ganzen Zahlen ist ein Z, wieder mit einem Doppelstrich. Jede natürliche Zahl ist auch eine ganze Zahl, deshalb ist die Menge der natürlichen Zahlen ein Teil der Menge der ganzen Zahlen. Rationale Zahlen sind alle Zahlen, die als Bruch dargestellt werden können. Die Abkürzung Q kommt vom Wort Quotient. Ein Quotient ist das Ergebnis einer Division und ein Bruch ist ja auch immer eine Division. Alle ganzen und natürlichen Zahlen sind auch rationale Zahlen, wie du an der Grafik siehst. Jede ganze Zahl kann nämlich auch als Bruch angeschrieben werden. Jetzt denkst du sicher, dass alle Zahlen, die es gibt, schon dabei waren und das Video jetzt fertig ist? Falsch gedacht! Es gibt noch mehr Zahlenmengen. Irrationale Zahlen sind das Gegenteil von rationalen Zahlen. Irrationale Zahlen sind Zahlen, die nicht als Bruch dargestellt werden können. Viele Wurzeln ergeben unendliche Dezimalzahlen, die aber nie regelmäßig werden, also nicht periodisch sind. Sie können nicht als Bruch dargestellt werden. Ein anderes Beispiel für eine irrationale Zahl ist die Zahl Pi. Auch Pi kann nicht als Bruch dargestellt werden. Abgekürzt werden die irrationalen Zahlen mit einem I mit Doppelstrich. Rationale Zahlen und irrationale Zahlen zusammen bilden die reellen Zahlen. Alle Zahlen der Zahlengerade sind reelle Zahlen. Den Mathematikern reicht das aber nicht. Sie rechnen auch mit Zahlen, die nicht am Zahlenstrahl dargestellt werden können. Aber das ist dann ziemlich kompliziert. Die Mengenlehre ist ein Teilbereich der Mathematik. Jetzt zeige ich dir noch, wie man angibt, ob eine Zahl zu einer Menge gehört. Wir beginnen mit der Zahl 4. Die Zahl 4 ist eine natürliche Zahl. 4 ist ein Element der natürlichen Zahlen. Dieses E wird Ist-Element-von gesprochen. Die Zahl 4 ist außerdem Element der ganzen, rationalen und reellen Zahlen. Die Zahl 4 ist aber kein Element der irrationalen Zahlen. Deshalb ist das E dort durchgestrichen. Der Bruch 1 Drittel ist keine natürliche Zahl. Deshalb also kein Element der natürlichen Zahlen. Er ist auch kein Element der ganzen Zahlen. Aber ein Element der rationalen Zahlen. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.